was er hat jetzt wieder der Geist mit Let's Play Assassin Creed trink zwar grad Bier aber so schlimm ist es auch wieder nicht Lolo 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 ähm ja ich hab die Patti-Sangruppe zu schlagen wo ähm ich äh es ist es ist es ist wer hat das getan warum ich bin ich hab das im letzten Party zug ich hab, ich hab das nicht wach im Dio äh lasst mich in Ruhe lasst mich in Ruhe ähm äh ähm äh lasst mich in Ruhe Jetzt füllt ihr meinen Schmerz. Oh, plötzlich fangen die auch alle plötzlich an zu schalten. Na? Ach du. Danke. Danke. Na los, wage es. Du ergibst dich? Akzeptiere ich nicht. Look, wer ist gerade in Partie? Wer ist dafür verantwortlich? Hallo, ich bin dafür verantwortlich. Mein Name ist Alter Eir, ich bin ein Assassine. Freut mich, dich kennenzulernen. Du siehst nicht so freundlich aus. Oder sehr begeistert. Sondern eher tot. Upsi. Tut mir leid, wollte ich nicht. Dumme Angewohnheit von mir. Ich kann's einfach nicht lassen. Na los. Au. Amen. Bürger retten, los. Au. Hamburger retten. Au. Ja. Ich glaub, jetzt kann ich auch nicht viel machen. Ach, nicht diese verzögerten Schläge. Soll ich mal diese verzögerten Schläge machen? Das kannst du dann auch nicht abwerten. Du kämpfst nicht mal mehr gegen mich, ich weiß. Kein Grund wegzurennen. Oh ja, hier ist Bürger retten. Stirb du nicht. Du rettet eins, bitte. Ihr tut mir weh. Versucht es. Leise dich nieder. Ach komm. Nicht diese verzögerten Schläge. Weißt du, die verzögerten Schläge kann man kaum abwehren. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollte. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremde. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, Moment, nur noch eine Sache. So. Ich akzeptiere es, Madam. Mein neuer... Oh! Du bist hässlich geworden. Wo hast du vorhin? Ich wollte mich gerade in Fortuna umbenennen. Soll ich gleich. Das ist alles deine Schuld. Stahlarbeiter. Ist noch jemand da, der sich mit mir anlegen will? Nicht? Gut so. Oh, ihr merkt schon, ich liebe dieses Spiel einfach. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg, sagte ich. Das könnt ihr nicht tun. Niemand sollte hier seine Waffe ziehen. Ich hole besser die Waffen. Nein, das tust du nicht. Warum hat er das getan? Weil er die Waffen holen wollte. Leute, seid doch mal auf meiner Seite. Ich bin ein Gelehrter. Ein frostiger Gelehrter. Stahlarbeiter. Stahlarbeiter. Das war nicht der Stahlarbeiter. Ähm, äh... Wie, 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 wie... So, Flagge hier gefunden. Zwischenspeichern. Wie, 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 wie... Ich bin eine Heidelbeere, weißt du? Nö, ich werde dich töten. Also, mir macht das Spaß. Doch, weil ich dich töte. Amen. Wir haben nur einen Auslässerturm. Warte mal. Warte mal, was ist das jetzt? Ach du. Bratwurst. Magst du Bratwurst? Also, ich mag Bratwurst. Zuweilen schon, ganz gerne. Obwohl, dann ist das, als hätte ich mir das noch ein bisschen über. Ich stimme auf Karrigos. Sag mal so. Frage beantwortet? Danke. Mal gucken. Da ist er. Oh, das ist aber kein großer Aussichtspunkt. Egal. Alter, äh... Plock, 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 Plock. Und all das Trotz werde ich jetzt nicht in den Heuhaufen springen. So, neuer Taschendiebstahl. Gut. Dann kannst du ja endlich mal weitergehen. Ah, ein Markt. So. Jetzt bin ich wieder hier. Nehmen wir mal den richtigen Weg drumherum. Der richtige Weg ist ein bisschen sehr verwinkelt. Kann das denn? Lass mich in Ruhe. Okay, jetzt nervt dieses Geräusch schon ganz schön. So. Danke, Freunde. Ähm, ja. Ich bezahle das. Spät. Oi. Was steht dir hier herum? Geht. Hau ab, Bauer. Das Ganze müssen wir ein bisschen taktischer angehen. Na? Ähm, Entschuldigung. Ich will... Ähm, der Krug da ist ein bisschen schief geraten. Es, äh, tut mir leid. Ich... sagen, ich muss hier drauf. So. Ach, die guten Herren sind heute immer schön freundlich geworden. Hi, mein Name ist, Alter. Mein Name ist, du bist ein toter Mann. Genau. Ähm, Batch. 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 So. Nun gut. Wo hast du dich verkrochen? Hi. Mein Name ist Alter Yir. Meine Spezialität. Verkriechen. Ich glaube, sie suchen mich. Das sah komisch aus, nebenbei. Wer hat das gesagt? Ich höre den Geler. Ich, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich daran vorbeikommen soll. Äh, oder... Das war's doch schon... Ah, ich glaube. Ich muss jetzt hier noch einen kleinen Kampf anzetteln. Wie immer. Ich weiß, ich bin nicht sehr... ...zeiki. Wir tanzen. Los. Weiter. Nein, ich wollte tanzen. Okay. Halt mal die Luft anzetteln. Nicht, denke ich, denke ich, das. Alles so ist. Ich hätte es lieber am Boden bleiben sollen. Ist auch gut so. Jetzt ist man zum Verschniebstahl. Was hast du da? Blunder. Der Mann besaß nichts von wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig. Das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lasse mich nicht von dir bestehen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Keine Sorge, er wird dich nicht bestehlen. Dafür habe ich gesorgt. Keine Sorge, er wird mich nicht kapfen. Okay, ich habe mir gerade alles selbst versaut. Taschendiebstahl reindiziert. Oh, das war ja. Oh, das war ja. Oh, das war ja. So. Danke. Das stimmt nicht. Soll ich das lieber von hinten machen? Irgendwie hab ich gerade ein Déjà-vu gehabt. Ähm, wir können schon ins Assassinenbüro zurück. Ich glaub, das wäre ne ganz gute Idee, sonst verbringe ich hier noch ewig damit, jetzt ein paar zu haben, ne? Bla, blub, und bla. Ja, ich mach nicht alles an Informationsbeschaffung, das wird einfach zu lange dauern, Leute. Und ich nehme einen Block auf, um nicht auf Kommentare bezüglich... Äh, mach das doch die ganz lange Informationsbeschaffung, äh, Dings, Dings, Dings zu, 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 zu eingehen zu können. Ich mach halt den Blockaufnahmen, weil ich einfach künftig weniger Zeit zum Aufnehmen haben werde! Na? Na? Ihr seht, Kreis leuchtet auf. Ich kann nicht. So, geht doch. Müsst du mich verarschen? Los. Rein mit dir. Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Danke. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, alter Ihr. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Und ich spule vor zum Ende des Partes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.